Unser Domizil für die nächsten vier Tage sein. Wir verbringen unseren Urlaub in Tschechien in dem alten Jagdschloss Zamek-Luzek. Viele Grüße gehen raus an René von Outdoor Saxonia für die Empfehlung hier. Das verheißt schon Gutes. Hallo Wächter des Waldes. So das ist nun unser Schloss. Unsere alte Burg, in der wir jetzt für vier Tage Urlaub machen. Musik 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 Ja, so einfach ist es gar nicht hier zu wandern, denn die Wege sind, wenn überhaupt vorhanden, sehr schmal und dann irgendwo eng sind sie eben nie mehr wohnen. Also es ist schon schwierig hier wirklich Wanderwege zu finden und vor allem hier sehr steil bergauf, bergab. Aber na gut, wir bewegen uns mal weiter tief in die Wälder hinein. Keine Ahnung was das ist, wahrscheinlich irgendwie ein Brunnen. Kommen wir das vor, aber vielleicht kann jemand tschechisch und kann das übersetzen, was das heißt. Das ist so typisch, der Weg geht hoch, immer hoch, hoch, dann ein Stück runter, wieder hoch. Deswegen ist es hier unheimlich schwer zu laufen, also Strecke zu machen, geht ganz wenig. Hier dieser Querstrich bedeutet wohl Wanderweg, aber die Wanderwege, die sehen hier so aus. Jetzt wieder rechts an dem Baum und ich buche wieder einen Pfeil und hier so sehen die Wanderwege aus. Ja, richtig anstrengend. Fertig. As underwater. Hier. colony. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 So, gerade noch rechtzeitig ins Hotel geschafft. Jetzt geht der Regen hier los. Aber für die Natur wunderbar. Für uns heißt es jetzt erst einmal ausruhen und vielleicht später nochmal das Bar besuchen.